Ja, auf die Level schalte ich sowieso Ey, wie? Das passiert nicht Doch, du musst beide zusammencraften Das passiert nicht Geh mal eben her, beide Hast du zwei blaue? Du hast zwei blaue? Ja, passt doch nicht Du musst eine blaue und eine orange haben Geil Boah, warte, die orange geht Ich bin außer, außer, außer Gefahr Fapp die mal um Boah, Toni Fapp, fapp mal eine rum Ich wäre fast auch gestorben, ne? Die, welche dazu würde man fragen Egal, orange Jep, tschau Toni Wie der am schreien dann ist Ja Ja, ich hab's nicht erwartet Es war so knapp Alter, die ist scheiß Kuhfarm Was ist los mit euch da? Was denn? Wir dugen nur ein bisschen Äh, wo ist denn jetzt der Servodorf? Man kann echt da zwei draus machen, ne? Ähm Chaos, Chaos im Gehege Auch rote Farbe auch so gut Ich hab noch eine Spritze bei mir drin, ne, Toni? Die du dir nehmen kannst Oh, ich glaub, oh ist schon zurück, ne? Alter Hund Das ist ein Terror Wie haben wir ihn gehört? Ein Knall hat er gerade Stimmt, ich wollte mit dem noch nicht pissen Mhm So Pech Jep Ja, ich hab keinen Bock mehr Wieso? Ist so Weil du schlecht bist, Toni Du weißt, dass dir noch deine ganzen Sachen sind, ne? Ja Ja, ähm Kannst du dich bitte einsammeln? In der Kiste oder wann? Aber ich krieg nicht alles mit, also das Ist ja das Problem Ich hab sowieso nicht so viel mit Nur die Werkzeuge musst du irgendwie mitkriegen Mhm Und am besten mein Na gut, ist der Rest wirklich egal Nö, funktioniert nicht Kann das nicht einstärben Und? Was hast du denn für eine Farbe genommen? Was tut er denn jetzt gemacht, Toni? Gib mal her Selbstmord Aber selbstmord Naja, halt selbstmord Warum spawne ich und habe nicht volles Hunger Zeugs Volle Sättigungsbaren Weiß er nicht Die muss man irgendwie finden, die Orangene Aber die Orangene muss man auf einem färben können, Moment Und zwar Und zwar Ist das denn ein Angry Zombie? Der hat, der hat nen Skelettkopf an mit Tadeos Nase Und nen Pfeil in der Hand Und sieht aus wie Jude Die mit Gelb Sieht aus Der hat mich getötet Oh Ähm, nichts gegen Juden übrigens Ist ja auch blöd Na Spinner, willst du mich klatschen? Ich bin blöd Ernsthaft Spinaches Ich bin blöd Ich bin blöd Ich bin blöd Ich bin blöd Alter Ja Ja Ich bin blöd Portal Was ist? Toni Ich bin hier Was hast du denn gemacht? Und du hast sie so gecraftet wie das Ding ist, ne? Uh, magic Ob ich muss noch meine Sachen dauern Wie hast du die Portal Gang gemacht? Welche? Also hast du die so gecraftet wie es im Inventar Äh, fail oder? Dass du die default kriegst? Ja 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 Aber mit der default hättest du es doch machen können Du hast sie aber nicht gebrannt, ne? Nein Jetzt muss doch noch ein bisschen klatschen gehen Ähm, probier halt raus, ob man Kann man den Böcke eben? Oh, ich mach den Server Ja, ne? Ich komm nicht auf die Server wieder drauf Okay Sag dir Flip stream Was streamt da? Ich hab keine Ahnung, der hat gerade angemacht Ich hab's nur gesehen Dann hat er mir hier so eine Seite hingeschrieben Internetseite Ich geh mal da hin Htt Htt Das heißt wir müssen noch ein Wizzaclitschen Dann mach ich das mal Probier ich das mal aus Ist ja kein Problem, wir können auf jeden Fall die Sachen tragen Hm Was heißt das? Nimm du dennoch eine? Ähm, da würde ich jetzt nicht rein gehen mit deinem Ekkert Bin ich aber schon Du wirst sterben Nicht mit dem Ekkert, es fehlen einfach nur die bestimmten Sachen Die wir gleich mitnehmen Hm So, da müsste er irgendwo hier sein also Ah Oh really? Ja Doch, geht doch Kann man die Kammer und Flashtaste noch woanders einsetzen? Oh no Deaktiviert jetzt Du ihn, Goldblock Geletten Geletten Vor allem Autsch Oh, komm schon Das ist mit Obsidian zugemacht Was? Hört bei dir? Achso, ja Weil tutsch ich Alles blöd Oh, der ist schon chillt Nö Au, aber Nein, Black, ich hab ein Problem, komm mal schnell in die Hölle Oh! Ah, ein Petersporn Äh, Krab in die Wände, da kam Versteckter Raum drinnen, aber Aber Und die Truhen HALTER Zerpisst euch doch Ich flieg ja auch schon, wenn ich was mach Deswegen Hier ist der Skelettsporn an der Wand Mach ich mal aus Ich hab den Kopf bekommen Warum hast du... Äh, wo ist denn... Achso Ja, alles voller Skelette und so Und da hinten den Ton Ist du... hast du deaktiviert? Kann man Flasht? Was ist deaktiviert? Ne, da hinten ist es Kann ich wieder zurück gehen? Ne, warum? Hä, was, 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 was? Verwirr mich jetzt nicht Boah, ey, Toni Kann ich wieder zurück in die normale Welt gehen? Warum? Möcht was machen Was denn mach doch Toni Mein Gott, Toni, das nervt Ja Vor allem hab ich mich voll erschrocken Deswegen Ich häng hier unten Hä, warum hast du... Und du? Hä? Hä? Hast du hier mal... Äh... Black Mit dem Red Wire und so Warum ist das hier? War da mal irgendwas? War da mal irgendwas? Ein Wire Ja Die sind rot Die sind Kabel und... Äh... Äh... Scheiße Kacke Ja Jetzt hab ich... Ja Ich geh auf jeden Fall ne Seite an, die es nicht gibt, aber egal Guck mich jetzt drauf Was werden wir in den Punkt hinsetzen? Die fliegenden Fledermäuse gehen mir auf den Sack Äh... Waypoint New Waypoint Wo ist er? Dona 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 nuestros Die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017